Leon Dreiseitel hat gut lachen. Der 18-Jährige gilt als das vielleicht größte deutsche Eishockey-Talent überhaupt. Schon in der nächsten Saison könnte er in der NHL spielen. Experten gehen davon aus, dass der German Gretzky, wie er genannt wird, beim prestigeträchtigen Draft im Juni unter den ersten Zehn aufgerufen wird. Doch der gebürtige Kölner geht nüchtern mit den Vorschlusslohbeeren um. Seit ich praktisch geboren bin, wollte ich immer in der NHL spielen. Momentan sieht es relativ gut aus, aber das heißt noch lange nichts. Jeder weiß, dass wenn du Erfolg hast und aufhörst zu arbeiten, dann bringt das auch alles nichts. Du musst immer weiter an dir arbeiten und daran bin ich auf jeden Fall dran. Leon ist der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Peter Dreiseitel. Die Leidenschaft zum Eishockey wurde dem Mittelstürmer also in die Diege gelegt. Und auf die Unterstützung des Vaters kann Dreiseitel auch in seinem zweiten Jahr bei den Prince Albert Raiders in Kanadas Juniorenliga bauen. Ich habe nie irgendwie Ärger bekommen, wenn ich schlecht gespielt habe. Der hat mich immer mein Ding machen lassen und der war immer für mich da. Auch immer wenn ich mal ein schlechtes Spiel hatte oder irgendwas, dann war er auf jeden Fall immer da. Der hat mich aufgebaut und natürlich auch seine Tipps, die sind sehr, sehr, sehr hilfreich. Die Kleinigkeiten, das weiß er schon auf jeden Fall. Ab dem zweiten Weihnachtstag spielt Dreiseitel mit der deutschen U20-Auswahl bei der Junioren-WM in Schweden. Vor den Augen unzähliger Scouts aus der NHL. U20-Bundestrainer Ernst Höfner weiß, wie wichtig das Ausnahmetalent für das DEB-Team ist und schätzt dessen Bodenständigkeit. Er ist einer von den besten Spielern und auch der beste Spieler weiß, dass ein Spieler rein keine Weltmeisterschaft oder Siege bei der Weltmeisterschaft erreichen kann, sondern er weiß, dass er auf die Mitspieler angewiesen ist, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen müssen, dass wir als Mannschaft gut spielen müssen und nur dann kommt auch seine persönliche Leistung zur Geltung. In Kanada vergleichen sie Dreiseitel bereits mit Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Ob er seinem Ruf gerecht wird, könnte sich nach dem Sommer zeigen, sollte der Kölner tatsächlich den Sprung in die NHL schaffen. Eine gute Leistung bei der Junioren-WM wäre sicher ein Argument für diesen Karrieresprung.